Jetzt Neuland und Zerabonieren. Geschafft das. Corona. Ich hab Corona. Ja, mir ist das aufgefallen, letztens im Video, was wir noch gedreht hatten. Ich bin Santa. Und heute machen wir was ganz Besonderes und zwar, ich stecke den Jan. Er wird jetzt Corona kriegen. So, jetzt hast du Corona. Du jetzt auch. Du gehst endlich. Ach, und übrigens, das sind meine Eltern. Ja, ja, komisch. Also, auf jeden Fall, wir fangen jetzt mit den beiden hier das Video an. Also, let's go. Ich glaube, es ist ein bisschen was du also mitgebracht. Geil. Das Radler ist doch kein Alkohol. Ja, das wirst du gar nicht brav. Ich habe schon gekochtet, ja. Nice. Das war jetzt trash. Also, gut war das nächste, ne? Das kannst du eigentlich hören. Das war so scheiße, wirklich. Ich bin dran. Yes. Ja, also, das war ganz gut. Ja, also, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich werde hier gefangen gehalten. Hilfe, tschüss. Das war die multe Arme. Das war's mit dem Video. Das war's. Ja, das war's. Ich habe einiges Mal. Das war's.